Hi Leute, hier ist Maffima und ich zeige euch heute den geilen neuen Modus Epic Hands. In dem geht es darum, dass ein Monster von Menschen die Jagd wird. Dieses Monster wird von einem Spieler gesteuert. Der Blaze kann fliegen, die Spinne kann sich unsichtbar machen, beziehungsweise schnell laufen, viel Damage machen. Und der Pikman ist eher so der Tank unter den Monstern. Kommen wir zu den Menschen. Da gibt es einmal den Tank, der verdammt viel aushält und eine Angel besitzt, damit das Monster runterwerfen kann. Dann den Assassin, der einen kleinen Deutsch besitzt. Zweimal kann man den benutzen, der macht verdammt viel Schaden. Und einmal den Archer, der eher so der Fernkämpfer ist. Hier ist eine Spinne als Monster und sie beginnt auch gleich Gras abzubauen. Denn als Monster kriegst du für jede 50 Gras, die du abbaust, ein Special Item. Special Items sind zum Beispiel der Zahn oder Unsichtbarkeit. Spinne, versuch dir jetzt erstmal abzuhauen, erstmal ganz viel Gras abzubauen. Damit sie hier besonders viele Items bekommt. Der Zahn. Der Zahn killt nämlich instant einen Spieler. Da ist er eingesetzt worden, der Zahn. Jetzt ist die Frage, wie lange die Spinne überleben kann gegen drei. Wird sie es schaffen, Leute. Mega spannend. Und noch mehr Gras wird abgebaut. Unglaublich. Toffi ist nah dran an der Spinne. Oh, sie ist aber zu schnell. Viel zu schnell. Und... Wie lange kann sie noch überleben, diese Spinne? Das wird knapp. Er braucht jetzt einen Zahn. Er braucht jetzt echt einen Zahn. Oh mein Gott, Leute. Das wird knapp. Hat er einen Zahn bekommen? Oder nicht? Uiuiuiui. Komm schon, Spinne. Ich glaube an dich. Scheiße. Jetzt ist es spannend. Nein. Ich denke, das war's. Ja. Ja.